Ja, Sie bilden ja die Vorhose dieser beiden Polizei. Reiberiert. Herr Staatsminister, Dr. Geiser, können Sie Ihrem Kollegen, Innenminister berichten? Ganz schneidig haben Sie ausgeblieben. Ist es gut? Ja, wie Sie jetzt sehen, ist es hier von der Kassezellung. Das ist jetzt gesehen, es wird aber keiner fallen. Das ist jetzt gesehen, es wird aber keiner fallen. Das ist jetzt gesehen. Das ist jetzt gesehen, es wird aber keiner fallen. Untertitelung des ZDF, 2020